So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir oder von uns. Wir gehen gerade durch den Wald durch, um ein paar Pictures für das Buch zu machen. Adventure Hunters. Könnt ihr bald kaufen hoffentlich. Ist mir aber relativ egal. Der Platz sieht gleich ganz anders aus im Sommer. Ich war hier das letzte Mal im Winter. Da wurde auch ein Video gemacht. Das kommt bald vielleicht auf den Kanal. Jetzt ist das alles abgemäht. Genau, damals waren hier richtig Brennnesseln und richtig ästhetisch hier. Ja, da unten ist nämlich ein Keller. Hier sind mehrere. Hier sind urviele Keller in diesem Wald. Da haben wir uns gefühlt tausende solche blöden Kletten reingeholt und hier ist das richtig creepy versperrte Abwasser. Jetzt fehlt nur noch so ein random Michael Jackson. Oh nein, was war das? Wow. 24 T-Watt. Genau. Ah! Natalie! Na wohl. Schön Fusi ausklopfen. Let's go! Oh yeah! Natürlich mach ich das alles nur für Klicks, weil ich so rich bin. Natürlich nicht, das war Ironie. Bitte. Hashtag die Klicks kann ich gerne gebrauchen, aber die Unterhaltung ist mein Ziel. Welchen der drei Wege nehmen wir? Ja. Ich bin so recht. Mhm. Okay. Ich bin so recht. Ja. Oh mein Gott. Jetzt fehlen noch ganz komische Seemannslieder. Okay. Wir fuhren nach Madagaskar. Ganz schlechte Idee. Ah! Ist das schön. Ja. Ohne Treppen. Hm? Ohne Treppen. Hm? Oh! Hab wahrscheinlich Nico liegen lassen. Ja. 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 Wow! Wow! Ich muss es. Ich muss es. Ich muss es. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Schneckenhaus. Ich filme das gerade. Okay. Ich dachte, du fährst es gerade. Oh mein Gott. Echt? Yeah. Cool. Geiles Produkt kaufst du mein Online-Shop. Warte, Hals schon gerade. Wow! Hier haben wir einen Beinknochen. Ja, hätte ich auch gesagt. Ich hätte gesagt rechts. Rechts. Rechten Beinknochen eines, keine Ahnung welchen Tieres. Nehmen wir mit oder nicht? Das verlose ich an euch die Knochen. Let's go. Ne, die kann ich mal. Okay. Schütteln. Schütteln. So, irgendwo war jetzt noch Wasser. Ich habe die Wahl. Hier entlang oder da entlang. Schütteln. Schütteln. Knochen. Schütteln. 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 Werbung. Kauft das. Auf zatzl.at bald zu kaufen im Onlineshop. Zeppelin, Elefant, Piazl. Nein. Anton, Zeppelin. Zeppelin, Larissa und Emily. Zatzl. Ja, du hast es fast richtig hier oben, hätte ich gedacht. Ja, da hält es nicht. Ja, mit einer Einkerbung. So. Oh ja, perfekt. Und dann lehnt es gegen den Boden. Und dann lasst ihr dahinter so Staub fallen und die Knochen davor. Oh, ist tätig. So, warte. Ich muss erstmal alles rauskramen, ja? Das werden jetzt hier wahrscheinlich zwei Parts. Einmal Part Aesthetic Photoshooting. Und dann Part die Grube der Hölle entdecken. Schau mal, ladet das noch. Hm? So. Ich brauche meine Zellen. Du hast jetzt etwas gesagt. Geht weiter. Wir machen gerade Aesthetic-Fotos hier. Zatzl. Zeppelin. Anton, Zeppelin, Zeppelin. Lea, Emily. Gürtel. Punkt Anton, Punkt Anton Thomas. Das kann ich auf Instagram sehen. Auf entweder matthias-rekek69 oder auf, also meine Fanpage. oder auf matthias-vlog auf Instagram oder auf deuter-anomalie-farbblintheit auf deuter-anomalie-farbblintheit auf TikTok. Da war noch halt so... Also ganz ehrlich, überzeugen tut mich dich... Da unten liegt noch ein Knochen. Sehe ich gerade. Kannst du mich auch sehen lassen? Ja. Überzeugen tut mich dieser Spot hier nicht. Ja, mich auch nicht. Dann gehen wir weiter. Wup, wup. Das ist der Police. Wup, wup. Kannst du das? Ja, natürlich. Wir können das nicht. Nati, darfst du auch auf dem Video drauf sein. Ich auch. Dann mache ich jetzt auf random Zoom auf dich, genauso wie auf die Lea gerade. Du weißt schon, dass das auf YouTube kommt. Okay. Was? Doch, doch. Zeppelin, doch komm. Doch, doch. Onlyfans. So wahr. Da möchte ja gerade der Dings hin. Der Wendler möchte auf Onlyfans. Der Wendler möchte auf Onlyfans. Was? Ich habe auch eine andere Kamera dort. Äh, markiert. Hä? Ne, ohne. Hier. What the heck? Die geht sogar unter Wasser. Oh mein Gott! Kauf das in meinem Online-Shop. Zeppelin, Emily, Emily, Schippelin, Papa, Schippel, fuck you, .com. Zeppelin, Anton, Zeppelin, Zeppelin, Emily, mehr. Die hat sogar vollen Akku. Da hat er den rausgebracht. Das ist die Polizei. Das kommt auf Onlyfans. Schau, da musst du ein Foto machen. Ich habe eine Verlosung. Foto wegen der Sonne. Schau mal. Wenn irgendwer unter euch Anna Penninger ist, dann könnte das jetzt gewinnen. Ah, warte, was müssen sie dafür tun? Ein Abo da lassen, Like, einen Kommentar schreiben. Ein Abo! Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Um nicht zwei, drei zu verpassen, du sagst es. Komm, macht es jetzt, weil sonst kommt der Marzise und bringt nichts. Nein, sonst, sonst, wenn ihr nichts abonniert und die Glocke aktiviert und auf dieses Video ein Like gebt und einen Kommentar schreibt, dann kommt in der Nacht Michael Jackson zu euch und macht Und dann tanzt ihr euch und macht Moonwalk in eurem Zimmer, bevor ihr euch tötet. Das ist ein Dingsknochen. Schildknochen. Abne! Gib mal her! Abne! Kann ich mal kurz sagen? Nein, das ist doch... Abbrücken, Caprio, schnell! Schnell, das kommt auf Instagram! Was? Schnell, schnell, schnell! Das kommt auf. Warte, wie heißt es? A Bromiflash. Ja! Was? Was? Okay, es geht weiter. Das ist tatsächlich nur Plastik. Das ist halt nur... Das ist halt nur Plastik. Das ist halt nur Plastik. Ja! 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 Okay, das ist drei Minuten oben. Was hängt da bitte? Für so ein Plastik irgendwie? Warte, jetzt! Beim Weinkarten! Jetzt gehört doch so ein reine Ding, dass das nur eine Leiche ist, dann könnte es eins zu eins so eine Leichenserie sein. So... Ach, eine Leichenserie! So Kessel oder so. So Kassel! Wir haben dort die Wulstämme hier alle wohl, hier liegen los. Geproben! Mit Arex! Wohin geht's da? Da sind Schneckenhäuser voll geil, voll hysterisch. Ab mit dir, ins Schneckenhaus. So, wir müssen da runter, da ist es mir zu creepy. Will ich sie haben? Oh mein Gott! Ja, die verlose. Ich habe eine Community. Nur so, dass meine Hand so zu sehen ist, so... Ihr müsst uns als entgegenkommen eine echte Schnecke zu finden. Aber eine Nacktschnecke, weil das ergibt uns ganz so. Weil wir haben jetzt raus und auf die Nacktschnecken kommt dann natürlich das... Nein! Ihr müsst uns das beste Nacktschneckenbild per DM schicken! Und das Beste gewinnt ihr! Ich sehe schon, Steven schickt uns was! Schau mal in Crystal! Oh mein Gott! Crystal, man! Spaß! Ich schwöre, das ist wirklich schön. Ihr müsst uns das beste Nacktschneckenbild eurer persönlichen Nacktschnecke schicken! Eure Haarschnecke! Und dazu noch einen Steckbrief der Nacktschnecke! Steckbrief! Dann können wir nämlich sagen, Anton, 16 Jahre, hat gewonnen! Und das ist auch gar nicht geleakt, so die Adresse und sowas. Ohr weg, Freund! Egal! Die sind ja politisch! Woop woop! Da runter und dann unten den Weg entlang! Da 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 da! Hit the road jack! Don't you come back no more no more no more no more no more! Hit the road jack! Don't you come back no more! Okay, let's go! Nati, du musst auch nur schnipsen oder eine Summstimme dahinter machen! Ja, nein, okay! Okay! Non, 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 non! Okay! Ästhetik singen! The shadows begin! Okay! Okay! Das hat ein Stadion noch frisch bestellt! Hit the road jack! We stand with you, Karin! Das steht tatsächlich in meiner Kanalbeschreibung! Don't you come back no more no more no more no more no more! Hit the road jack! Das wird schneller! Old woman, old woman, why you treat me so mean? You are the meanest old woman I ever seen! Okay, warte, wir beginnen von neu! Nein, wir gehen jetzt Gott die road jack! Währenddessen singen wir Hit the road jack! Nein! Take me to church! Ah! Okay! Let's go! Come next nach Lazy Town! I got some bad! I got some bad! I got some bad! That's so bad! Is Eli Morad! Come the dragon! I got someobiles and fishies in! In fact, we can't have anything to react! Yeah! We're gonna die town! Du musst so Handstand und so Brecks mitmachen. Ja, genau. Nein, Spaß. Leute, das ist cool, da liegt ein ganzes totes Tier. Verwest oder? Äh, tot. In Knochen. Das sind auch noch Knochen. Ja, hier sind vier. Oh, das ist ein großer Knochen. Das verlosen wir jetzt. Aber ne, das kriegt wirklich der größte Bab unter euch. Weil das muss auch immerhin zu euch passen. Ja, genau. Wir wollen die beste Experience für euch haben. Ja, und hier sind einmal vier Wirbelknochen. Das ist ja wahrscheinlich totes Tieres. Oh, was? No way. Hier liegt ein Schulterknochen und darüber vier Wirbelknochen. Ja, das dürft ihr nämlich gar nicht gehört haben, weil wenn ihr das gehört habt, dann... Dann seid ihr jetzt noch immer noch dran, nach acht Minuten auf Sendung. Und deswegen, wenn ihr bis dahin dran seid, dann schreibt in die Kommentare. Hashtag Wirbelknochen. Kommst du? Komm mal her. Komm mal her. Der Liegen. Komm mal her. Hast du mir so einen Klappen-Sacker? Nee. Warum? Weil ich die alle mitnehme. Ja, dann gibst du den Rucksack. Nee. Rucksack. Na komm, haus einfach den Rucksack rein. Hinter dir liegen nämlich noch vier Wirbelknochen und ein Schlüsselbeinknochen. Was machst du jetzt da? Hier, jetzt schaut die Kamera auf dich. Tadaa! Du du du! Vier Wirbelknochen. Ja, vier Wirbelknochen, wo die Nancy, die gerade fast drauf gestiegen ist mit ihren super teuren Schuhen. Ja, wirklich. Ja, vier Wirbelknochen und ein Schulterblattknochen hätte ich jetzt mal gesagt. Voraussichtlich von Fuchs oder so einem random Viech. Ja. Ich hab gerade fast eine Fliege verschluckt. Ja. Nein, eine Fruchtfliege. Eine Frachtfliege. Wie spät ist denn? 14.31. Es ist halb drei und in einer Stunde gehen wir hier hinaus. Das heißt, das sind vier Folgen von Super Vlogs, die ich mir erspare dann zu machen. Und wie lange darfst du draußen bleiben? Offiziell bis halb fünf soll ich draußen. Habe ich die jetzt umliegen lassen? Ja. Egal, beginn einfach hier zu sammeln. Ich hoffe, es ist für euch unterhaltsam. Am Sonntag, ich weiß, ich bin gerade der Matthias aus der Vergangenheit des Jahrhunderts. Ich bin Zeitreisender, wisst ihr das. So, ähm, ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie gut der Livestream Vlog angekommen ist, der am Sonntag war. Um 15 Uhr hat er begonnen. Schaut euch euch nachträglich auf YouTube an. Ähm, unter der Playlist Vlogs ist er natürlich drinnen. Genauso wie diese Videos wahrscheinlich unter der Kategorie Spazieren. Und da spazieren kann er keine Playlist hat, ist es wahrscheinlich unter der Playlist Vlogs ebenfalls drinnen. Schaut da einfach hinein und erlebt die anderen Experiences von mir und meinen treuen Kumpanen. Ja. Na, Lea, du warst ja im Live- Du warst ja auch im Live-Vlog drinnen. Ja, das ist schon echt fertig. Das sag ich doch, hier richtig ästhetik. Da drinnen, oh mein Gott, warte, da drinnen machen wir dann vielleicht dieses Fotoshooting. Weil ich brauche ja noch so ein Selbstporträt von mir für das Buch. Und von dir auch noch, weil du kommst ja auch ein Buch vor. Und du ersetzt Emily im Buch, perfekt. Okay. Nein, ähm, ich, ja. Buch ist bald draußen, hoffentlich bin ich. So, wir gehen weiter. Da war tatsächlich mal ein Bach. Von Leuten, die runtergepinkelt haben. Achtung, bevor du es zurückschneitzt, bellt euch. Ich halte schon. Aber Nathalie nur ums Snappen. Nee. Das geht hier gar nicht. Wir sind hier unsere Journey of the Life. Jo. Follow. Follow the Moon. Follow the Moon. Follow the Moon. Oh mein Gott. Wir waren gerade wie eine Ziege. Das habt ihr nicht gehört. Das war nämlich ich. Stimmt aber. Das sieht aber nicht wie scheiße aus. Oh mein Gott, Matthias. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wer das jetzt hier das Ende dieses Partes ist, was euer Lieblingssong ist. Interessiert mich natürlich voll. Schreibt mir das in die Kommentare, die blockiert sind, weil jugendliche Gesichter drauf sind. Abonniert, um mich kostenlos zu supporten. Aktiviert die Glocke, um nichts weiteres von mir zu verpassen. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Als ich begonnen habe, damit anzufangen, das zu sagen hat, tatsächlich niemand mehr disliked. Also deswegen. Und schreibt mir in die Kommentare, was euer Lieblingssong ist. Das ist hier kein Live. Morgen kommt der Live. Das ist nur ein Video. Ja, genau. Viel Spaß, Leute. Nee, das schneidet nicht. Das schneidet nicht. Ich bin nicht beeindruckt. Nein, das schneidet nicht. Nein, ich mache das auf zwei Parts tatsächlich, ja. So, dann sage ich euch. Du schneidest das trotzdem nicht. Du hörst jetzt auf und dann fangst du wieder an. Genau. Was ist schneiden für dich? Nein, schneiden ist, wenn ich jetzt das alte Video, was abgebrochen ist und das jetzt zusammensetze. Nein, du suchst irgendeinen Part aus und schneidest einfach so und das ist das eine Part und das ist der andere Part oder wie? Nein, das sind zwei unterschiedliche Videos jetzt. Ja, kannst du jetzt auf Verzug filmen? Tschüss, Leute.